BABAM! Hallo! Da ist der Kai! Da ist der Nils! Und da bin ich! Oh! Und Rebellt! Nein! Richtig bongo mäßig! Kai gesteht sich eigentlich das alles ein. Hab ich! Hab ich! Oh doch! Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Hier sind heute die Behindertenarmee! Ich hab keinen Boost, Susan! Und wir fetzen! Alles weeeeg! A-ah-ah-ah-ah-ah! BAM! Ändest dich aus, Konton! Was heißt Ausgleich? Ich wurde übrigens umgeboxt. Ja! Mitten in die Schlägefresse oder was? Ja, Schlägefresse oder was? Schläfe wollte er, glaub ich, sagen. Wir mischen auch Stäfe und Fresse. Schläfe! Schläfe sie! Schläfe sie, hä? Hä? Ich hab mich in den Tor-Out-Place! Ich bin zu schnell! Oh ne! Oh ne! Oh yeah! Alle gute Inge sind drei! Johnny, mach das Ding! Alter! Ja, das war ein Pass zu dir, Kai! What the hell! Genau, Kai! Warum warst du da nicht? Genau! Oh! So, jetzt zeig ich euch mal ein paar Flugskills hier! Ha! Heftiger Wut, Alter! Ja, ich hab ihn noch berührt! Nein! Warum? Tust du das? Ja, weil ich grad äh... Der startet mit der Front zum Ball! Ein Spur, da wär der gekontert gewesen! Bei Nils? Tschö Nils! Tschö Nils! Du bist unser Mann! Und BAM! Oh, oh, oh! Oh! Wollt ihr nochmal runterdrücken, ne? Ja, wär vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen, weil der war zieht! Ich fliege mich hoch! Normal? Jo, okay! Oh! Oh! Achtung! Hast du den Johnny? Na klar! Und pass auf! Und pass auf! Da kommt Johnnys Pass! Mit Ansage! Zum Tor! Oh! Ihr seid doch scheiße! Muss ich ganz ehrlich gestehen, hast du bei mir auf jeden Fall gerade recht? Ich bin grad wie ein behindertes Jühnchen geflogen! Weißt du, so ein... Wie ein behindertes, was? Jühnchen! Jühnchen! So, ich hab Video verstanden! Und Tor! Also gehofft, dass Kai auch mal ein Eigentor macht! Hast du, Nils! BAM! Uh! Oh! Der geht hoch! Ich mag solche Bälle! Oh, ne! Jetzt bist du scheiße! Halt's Maul! Bleib' ich doch! Nja! Hulala! Hulalala! Hulala! Normaler Leuten spielen! Ah, ne! Das wird nichts! Geht ja leid schon mit dir nicht! Ah! Hallo! Was macht der Nitta? Ja, dir den Ball überlassen! Aber du gehst ja lieber Nitro holen! Und lässt uns in den Stich, du Verräter! Oh mein Gott Dieser Pass Er war so göttlich Er war ja auch von mir Ne vom Gegner Ja aber ich hab den natürlich geklappt Johnny wo spielst du den denn hin Naja ich hab nur noch instinktiv reagiert Ja bei mir Nein klar Alles gut Langsam muss das sein Mal hier mal zu nem Tor werden Für uns Ja Ich finde ein Tor hätten wir mal verdient Oh was er fliegt drüber Ich hab auch damit gerein das er ihn trifft Easy Easy Guck dir das an Er hat mich erstmal flach gelegt was geht mit dem denn ab Durchgeblockt Ja Ey das Tor will ich nicht Ich schon Was zeigt das Ja Nix dass ich scheiße bin Weg mit euch Nein Pass 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 Wohin Pass Du musst doch sagen wohin In die Mitte Ist doch wohl klar Alter Alter er drümmelt sich dadurch alles durch So besser ging nicht Sorry da war die Lust draus Habe ich Habe ich Habe ich Habe ich Ja wieder trifft er den so behindert Oh Ich wollte den redirecten 2 0 Oh fuck Tief gespielt Ja Gewonnen ist gewonnen Wunderschön Ich bin Liga 1 Ach du scheiße Und du? Jo Ey nicht Liga 3 Nooo Das würde ich aber auch nicht genau pushen Aber richtig So Kai Was bist du denn bei 2 und 2 Liga 4 Aber auch Äh Herausforderer 3 Ah Muss ich Oh schon wieder die Map Kai Starbase Tiddle Tiddle Wohin rechts weg Ah Oh man Habe auch nicht meine First Berührung bekommen Ich war tatsächlich nicht dran dabei Tschö Kai Schön daneben Ey Oh oh Bei einem Tor geht raus beide Komm schon Scheiße getroffen von mir Macht das Tor Macht es Ne den musst du haben Boah Was zum Fick Ja ich hab's gesehen Muss ich mir sagen Ich hab ihn gehabt aber Ja ja ich hab's gesehen Er war über mir rein gerückt Alles cool No hate Boah ey Boah ey Boah ey Okay Bist du dran? Boah alter was? Ich hab ihn getroffen aber nicht den Ball Das habe ich jetzt nicht gerechnet Schön Da hinten gestellt ne Okay Und was jetzt? Stehen sie schon wieder zu zweit da Hast du? Johnny? Boah aber Der geht Wuhuuu Hehehe Entschuldigung War natürlich nicht mit 80 Garnicht auf den Boden kommen lassen Sonst haben die viel zu viel Zeit zum reagieren Was ist das überhaupt? Eine Spur Tinte oder was hast du da? Ja Oh schön Oh Da bin ich immer eine Millisekunde zu spät ne Lass mich doch drüben ihr Fotzen Lass mich doch drüben ihr Fotzen Ja du hast den Griff von links nach rechts gedribbelt Aber nicht nach vorne Ja und warum hab ich den von da nach da gedroppt? Ja keine Ahnung Um mir den Pass zu geben Nee Um wollte ich den Pass zu geben Nein Ohhhh mieser Ball Schönes Ding Er hat sich jetzt aber Zeit gelassen Den hab ich von da nach da spielen müssen Weil der den geblockt hat War doch alles geplant schon Ja Das war geplant Absolut Vor allem wie ich einfach stehen geblieben bin und dem Ball nicht hinterher geschossen hab ne Erstmal stehen und gucken Oh Oh schön Alter Ah schade ich dachte ich bin schnell genug Ja bohr Es schneller Hast du Kai Ich grad Toll Bäm Voll nice Oh schön Er dribbelt eiskalt alle drei aus Läuft bei ihm Richtig verarscht Voll geil Nicht schlecht Nicht schlecht Erster Platz ist gone Und jetzt hast du Nein ich Bin am Start gewesen Und der hat ihn gekontert Oh Kein Nitro Oh das sollten wir nicht tun Das ist gefährlich glaube ich ne Warum Warum denn Warum fliegen alle drei Oh Oh Junge Da Schießt das Tor Das Tor ist frei Warum rastest du denn so aus Mann Weil der genau hinter dir war Pass auf Pass auf Pass auf Pass auf Da bist du Und rechts unten sieht man den Gegner gleich Der ist die ganze Zeit hinter dir Da Da ist er die ganze Zeit hinter dir gewesen Ich hab drauf gewartet dass er den Kontra kann Oder abhalten kann Und hinter dir Und ich raste aus weil Tore schießen geil ist Ich liebe das Es ist genauso wie wenn man eine Kiste aufmacht und was rauskriegt womit man nicht gerechnet hat Benutzt du das Kondom? Zum Beispiel Ist in einem Spiel wo das 50 Millionen wert ist bestimmt ziemlich geil Boah läuft bei dir Kein nimmt's auseinander Mieser Hacker Get to carry Jetzt geht's ab Junge Achso Wenn ich das richtig gehört habe Nils hat die Reiskeit schon nach hinten zurückgelehnt und hat seine Chipstüte rausgeholt Echt? Das sind Brezeln Das sind Salzbrezeln Jetzt hasse ich dich Chips mag ich nicht Aber Brezeln sind geil Naja Leute Kurzer Knapp Hat's euch gefallen Daumen nach oben Hat's euch nicht gefallen Daumen nach oben Haut mir einen Kommentar in die Kommentare Ich fang schon wieder damit an Haut mir einen Kommentar unten rein In den Kommentarbereich Scheiß drauf bis morgen Ciao Das war's Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal